3 Minuten, aber wir können ja mal ein bisschen überziehen, ich meine, ich denke mal ein 30 Minuten Video ist jetzt auch nicht gerade so schlimm. Es sind ja dann nur 160 GB, die ich dann rendern muss und hoffen mal, dass nur noch, keine Ahnung, 10 GB dabei rauskommt, maximal, nicht Spaß. Also ich denke mal, dass vielleicht noch maximal 1 GB dabei rauskommt. Und hier haben wir ein sehr schönes Render-Studio, Render-Programm, also das Camtasia-Studio, man kann ja Render-Studio und Render-Programm sagen, habe ich ja bis jetzt mitbekommen. Also man kann sich dort wirklich unterschiedlich ausprobieren.